Eines Tages wirst du dem Unvorstellbaren begegnen. Es ist physisch schon möglich, dem zu entgehen. Sie haben eine Aufmerksamkeit, Mr. Wong. Das schwarze Zeug, diese Soße. Man sieht Dinge, die man gar nicht sehen dürfte. Wenn ich dir zeige, was in diesem Behälter ist, wirst du deinen Glauben an die Menschheit verlieren. Auf einmal wurde es mir klar, meine einzige Chance, das Universum zu retten, befand sich in diesem Zylinder. Es öffnet Türen zu anderen Welten, Mann. Was ist das für ein Zeug, Charm? Die Sojasoße? Mit dem Zeug erinnere ich mich an Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Wir wurden auserwählt. Und das Sojasoße. Also ihr seid bitte was? So eine Art Spiritualisten? Exorzisten? Sowas ähnliches. Der Regisseur von Phantasm und Baba Hotep. Ich nehme an, sie fragen sich, wo sie sind. Ich schätze, wir sind in irgendeinem alternativen Universum? Warne dich, lade deine Waffen. Möchtest du ein Bier? Verschließ deine Türen. Was ist denn? Das ist die Axt, die mich zerhackte. Und halte dich fern von rotem Fleisch. Alles klar? Aber was auch immer du tust, verrate nicht das Ende. Ich nehme an, sie fragen sich, warum ich hier bin. Und ich nehme an, sie fragen sich, was ich mit diesem Kanister hier vorhabe. John! 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 John dies at the end. Dave, hier ist John. Wo bist du jetzt gerade? Wo bist du? Im Himmel? Denkst du, du kannst irgendwie meinen Körper stehlen? Was? Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Jägemann ist ja auch schon in Administrägen. Danke für erstmal. Ich habe mir gesagt, welche girle wie bei der Who? Und ich habe mir auch wirklich übersehen. Wir fahren mit den Kommentaren.